Die Bibel sagt, das Einzige, was wir tun müssen für die Erlösung, ist an den Herrn Jesus Christus zu glauben. In Epheser Kapitel 2, Vers 8 und 9 steht folgendes. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Wir werden von der Hölle gerettet durch unseren Glauben in Jesus, nicht durch das Befolgen der Gebote. Unser Glauben, unser Vertrauen, was wir glauben, ist das, was uns rettet. Und achte mal darauf, wenn die Bibel sagt, und das nicht aus euch, was bedeutet das, und das nicht aus euch? Zum Beispiel, was, wenn ich sage, ich werde in den Himmel kommen, weil ich ein guter Mensch bin? Ist mein Vertrauen da auf Jesus oder auf mir? Auf mir. Was passiert, wenn ich sage, ich werde in den Himmel kommen, weil ich von meinen Sünden Buße getan habe? Also, weil ich aufgehört habe mit den Sünden, zum Beispiel rauchen oder was auch immer. Ist mein Vertrauen da auf Jesus oder auf mir? Auf mir. Was passiert, wenn ich sage, ich werde in den Himmel kommen, weil ich in die Kirche gehe oder getauft wurde? Ist mein Vertrauen da auf Jesus oder auf mir? Das Vertrauen ist in mir selber, auf mir. Und jetzt erinnere dich daran, wir sind alle Sünder, die es verdient haben, in die Hölle zu kommen. Wenn wir sterben und auf uns vertrauen, dass wir in den Himmel kommen, wo kommen wir dann hin? In die Hölle. Wir müssen Jesus alleine vertrauen, seinem Tod, seinem Blut, was unsere Sünden reingewaschen hat, seiner Begrabung und seiner Auferstehung, als einzige Rettung in den Himmel und nicht uns selber vertrauen, sonst enden wir in der Hölle. Und jetzt erinnere dich, wenn ich sage, 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 ich sage,